Ich glaube, das Wichtigste, was ich an der Axel Springer Akademie gelernt habe, ist, dass der Journalismus der Zukunft nicht auf gedruckten Seiten stattfindet oder nicht nur dort. Der Umgang mit Bewegtbild, mit Fotos, mit interaktiven Elementen, mit Blog-Elementen, mit Social Media, den Umgang damit, den haben wir an der Axel Springer Akademie schon gelernt und das hilft mir bis heute.